ähm, Nest Jein Ja Ich find die viel nerviger, vor allem auf Legendär Jein So schöne Farben. Ist so. Ich weiß gar nicht, warum ich so ruhig jetzt gerade bin. Und ich bin gerade voll geflasht und konzentriert und irgendwie doch müde. Aber auch doch nicht müde. Und ach, Mann. Ich geh hier lang. Echt? Schüler! Oh mein Gott, das ist für ein Stuhl. Was? Du hast roten Stuhl? Nein, oh mein Gott, das ist ein Stuhl. Also doch roten Stuhl. Nee. Noch nicht. Die mit dem roten Stuhl. Mhm. Gibt es nicht in irgendeinem Halo, wo es so einen Aufzug gibt, mit dem man den Weg abkürzen kann? Ähm. Wie jetzt? Keine Ahnung. Ich erinnere mich da an irgendwas. Es gibt da zwar in Combat Universe, beziehungsweise Anniversary, so einen Aufzug, wo du mit nachher wegkommst. Aber... Wie ohne du nachher wegkommst. Bei, ähm, wo man auf der Flat, wo man auf die Flat trifft. Ja. Zum Schluss. Und da muss ich abhauen, wo man auch noch einen Aufzug. Aufzug. Ja. Ich glaub, den kannst du meinen. Nee, ich meine, oder was? Ich glaub, es war ein anderes Spiel. Da gab's einen Aufzug, der war hinter einer Wand versteckt. Nee, das war ein anderes Spiel. Und mit dem Aufzug konnte man einen großen Teil des Spiels abkürzen. Ich bedroh. Das war sehr schlau, ne, diese Granate da dran zu helfen. Ich hab gedacht, ich hab andere ausgewählt. Wieso trifft meine Granate so perfekt? Das kenn ich gar nicht von mir. Oh, kacke. Noch lefig. Ganz wenig. Einschuss, ich bin tot. Hier ist Medipack. Ich hab aber genauso wenig Leben wie du. Ja, kannst du nehmen. Hier sind da bestimmt noch mehr Medipacks. Hier. Nee, das ist leer. Ich bin tot. Und was ist explodiert? Ähm, der Blush hat mich geschlagen. Wenn du das meinst. Ja, aber warum ist er dann mit dir explodiert? Keine Ahnung. Ich hab zwar auf ihn eingeschlagen, aber... Hm, na gut. Weiter, ne? Hier geht's weiter? Nee. Wo ich bin. Hier unten. Ui. Hüpf. Wie, was? Hüpf. 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 Alter, das sind Gegner hinter uns. Ach, das ist du. Oh, ich esse dich. Hab ich dich zweimal getroffen? Ja. Cool. Cool. Nein. Danke, Soldat. Das war verdammt knapp. Ich wollte zu meinem Team auf die nächste Ebene. Mob ihn nicht. Aber hier ist ein Türken. kann durchkommen. Ach, brauchst du gar nicht. So. Entkommen. Ha. Sie haben wohl das richtige Heft. Ja, aktivieren. Da. 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 Ich kann überhaupt nichts sehen. Gehen Sie vor. Wie überlebt er diesen Sprung nach unten? Tja. Auch nicht. Boah, diese Stimmung gerade hier ist so für den Arsch eigentlich, ne? Ja. Es gibt ja keine Stimmung. Nicht so wie in Halo Reach, wo am Ende so übel zur Stimmung aufkommt, weil man weiß, dass er sterben wird, der Ding entzündet. Nein, falsche Granaten. Die Bagger haben alle! Die Bagger? Ja, die heißen, ähm, die heißen entweder, ähm, hier, Droiden, nee, Drohnen, also Drohnen. Oder auch Bugs. Wegen Insekten und so. Ach so. Und warum Bagger? Bagger ist für mich gelb und hat einen Arm. Und kann nicht schwimmen. Das ist für mich ein Bagger. Und kann nicht schwimmen. Ja, gelb hat einen Arm und kann nicht schwimmen. Das ist für mich ein Bagger. Also, ich spawnschbau. Aber bei der hat zwei Arme. Äh, Robbeo, du failst. Ich weiß. Ich bin tot. Was? Ich auch. Verdammt. Und so ein Vierschlagen. Und ich hatte gerade übelste Probleme. Wir klingen gerade irgendwie lustlos. Kann das sein? Ähm, lustlos nicht. Nur, ähm... Mich regnet diese Drohnen auch. Was für... Ich hatte noch fast voll Leben und ich knall mich mit drei, vier Schüssen ab. Ich weiß, ein Teil hat doch noch ein Schild. Ich kann sich aber mit dem Headshot ausschalten. Hä? Jetzt war es aber so schnell fertig, genau. Ja, diesmal bin ich gerannt und, äh, warte. Nicht vorrennen. Sonst werde ich geportet. Und wenn ich noch irgendwas suche, dann verliere ich das, was ich suche. Und ich, also, kriege das nicht. Ich will nur Medic hier haben. Oh. Okay. Hier hätte auch einer sagen können, dass wir Brandgranaten haben. Nö. Brandgranaten sind eh die geilsten. Vor allem die stärksten. Kann ich auch anfangen zu brennen? Ähm, ja. Da, wenn du reinrennst. Aua. Ach, wo kommt's? Geht doch. Oh, mein Ohr juckt. Warte. Ah. Warte. Ah. Ah. Ich darf mir nicht mal mein Ohr kratzen, oder was? Ja. Geh doch nach hinten. Hm. 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 Einmal hier drüber. Überraschung. Und du warst natürlich auch schneller. Warte. Ja. Warte. Jo. Gute Arbeit, Leute. Das war klar. Mit dem Schläger auf die Ome. Ich hab keine Munition, ne? Also, ich hab keinen einzigen Schuss mehr. Ich hab nur acht Schuss mit Schrotflinte und, ähm, ne fast volle Pistole. Warte. Ich suche mir kurz Munition. Jo, mach das. Jo, mach das. Okay. Nicht die beste Waffe. Aber. Doch, der Stachler ist hier, äh, Stachler? Ja, ich glaub Stachler ist ja hier. Ähm, ist eine ganz gute Waffe hier in dem Spiel. Na ja. Geht, ne? Jo. Flieg doch noch weiter weg. Na ja, bis jetzt hab ich wieder ein volles, äh, Waffe. Ein volles Waffe. Hm? Jupp. Weiß, was ich auch habe? Ich hab' der Gerät. Der Gerät. Schneidet schweißfrei. Ist immer vor dem Chef im Geschäft. Okay. Der Gerät ist immer vor dem Chef im Geschäft und schneidet den Döner schweißfrei. Ne? Hm. Der Brut hat gar einen schlechten Tausch gemacht. Warum? Er knallt mich ab, ich werfe eine Granate und die bleibt an dem Heften. Hm. Der Arme. Und hochfahren. Ich könnte Verstärkung gebrauchen. Willkommen, Zugriff gewehrt. Tschüss. Hm, hm. Und runter. Oh. Club-Kontrollpunkt. Ah, jetzt hier. Kannst nach oben gucken. Oh, hier ist er schon tot. Verbrechen. Was sind denn diese, ähm... Sind ja schon mal Drohnen jetzt eigentlich als Roboter? Oder sind das jetzt, ähm... Insekten-Normale, oder? Nein, das sind, äh, auch wieder eine eigene Rasse an Aliens. Genauso wie... Die Grunts eine eigene Rasse ja sind. Und die Eliten eine eigene Rasse sind. Sind die halt auch eine eigene Rasse, die Drohnen. Hm. Die Allianz vereinigt mit Rassen. Ja. Zellteile. Bitte Vorsicht. Warum muss ich jetzt an das mit der Null und der Acht denken? Was? Ich muss gar nicht an dieses... Kennst du das Bild mit der Null und der Acht? Und würde man halt... Erst eine Null... Ne, erst eine kleines O. Großes O. Null. Acht. Ah ja, genau. Denn zwei kleine Os. Zellteile. Hahaha. Oh, du warst auch tot. Ja. Wie war das, kleines O, großes O, Null, Acht. Und dann noch mal zwei kleine Os. Ich bin schon wieder tot. Jetzt nicht mehr. Granate hinter dir. Gib mal aus, falls man nicht meine. Ja, ich bin schon wieder tot. Yay. Da riech's wieder. Okay. Perfekt. Juhu. Ich freue mich. Hahaha. Scheiße. Und tot. Ich bin tot. Und ich bin tot. Was für Generierung nicht möglich. Alter. Alter. Ich lebe wieder. Jopp. Habgesehen. Boah ey, wie mich Leute bei MSN mal abfacken. So, du. Wer will noch? Du willst. Boah ey, wie du bist. Oh. Was? Und was? Ja, ich auch. Toll. Was war denn das jetzt? Was für ein Schlag und ich bin weg. Ne, wo es war, wenn wir gerade eben hochschrauben. Er hat seinen eigenen Kameraden erschossen. Entweder er oder ich. Oder du. Nein, nein, sein Kamerade. Der hat mit, äh, Dinges geschossen. Ja, nicht mal entweder du ihn erschossen, er hat ihn erschossen oder, also er hat ihn erschossen oder sonst hätten er es, oder ich, äh, sonst hätten er es, du oder ich es gemacht. Drück dich aus, Beo, bitte. Drück dich aus. Nein. Oh, bin ich tot. Ich auch. Ah, die Stelle ist ein bisschen scheiße, warte zu mir. Alte Methode. Ich lasse ein Pistole überladen und Pistole Headshot. Warte, 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 warte. So, jetzt darfst du. Scheiße, ich bin tot. Was, wieso das? Keine Ahnung, wegen dem, der dich gerade auch fast getötet hätte. Boah, wie, wie, wir müssen jetzt echt... Was, wir sind wieder da. Ja, also ich war noch am Leben. Ich war gerade kurz wieder gespompt, bevor du gestorben bist. Achso. Und wir machen jetzt eine Taktik, habe ich gehört. Oh, und ich bin gleich tot. Gegen ihm da.